hallo 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 der kam direkt nachdem ich die aufnahme eben unterbrochen hatte deswegen musste diese begrüßung etwas über hastet geschehen wir sind auf jeden fall noch nach wie vor dabei die tiefbrot armee auszuschalten die seltsamerweise existiert was eigentlich sein sollte denn bisher gab es in jedem level höchstens einen und das war schon eine zu viel richtig dumme gegner sind das aber die musik passt jetzt sehr dazu erzeugt genau die nötige spannung ach ich bin so dumm ich fliege immer nach ran aber stört doch keiner kommt direkt der nächste und der eine der mir den afterburner gestohlen hat der ist irgendwie nicht mehr auffindbar oder was immer zwei und vielleicht bringt es was könnte was gebracht haben aber vielleicht auch nicht jetzt mal ruhe dann bitte schön ich möchte das level weiter erkunden das level angucken geheimnisse finden er schießt hier mit flares rum wie ein verrückter wollte ich immer vielleicht zum spielen vorbei schicken könnte ich aus toben und mich in ruhe lassen das wollte ich gar nicht wieso kann ich nicht wieder einsammeln total das mankro in dem spiel hier wir können doch trotzdem reinfliegen eigentlich will aber nicht so nah rankommen die hoffnung steht da kommt der nächste alter das ist doch echt eine verarsche das ist so geplant da muss ich hier einfach nur durch es gibt keine anderen andere möglichkeit die einzige tröstung an der geschichte ist ich kann das level verlassen zum speichern jetzt ist jetzt wieder so scheiß dunkel hier nicht den bösen afterburner abschießen aber es wundert mich jedenfalls nicht warum es hier so viele afterburners gibt was macht die denn dafür faxen vielleicht besser wenn ich mich so umdrehe alter was geht mit denen eigentlich jetzt haben die genommen das war kein speed mehr das war speed auf hybrid threading im hybrid threading modus aha danke für die info du angsthase jetzt will er nicht mehr muss ich das halt wieder auf die übliche tour machen habe ich jetzt ein bisschen schief hingestellt aber vielleicht reicht es ja er hat gereicht wieder in sein loch verkrümmeln wir sind tief ne tiefe den tief die werden schon tief heißt also da muss man sich echt nicht wundern dass man von allen gemocht wird habe ich die jetzt schon wieder hier abgelegt scheiße aber das kotzt mich an weil so viele die bombe habe ich nicht mehr aber die bombe jetzt schon aktiviert hier gibt es noch zu erkunden erkunden mit die ohne grunde oh habe ich jetzt geschafft oder ist es vorbei das wäre richtig cool das fände ich ja sowas und knorke richtig knackig es gab bei nintendo wie mario kart wie den spruch richtig knackig oder echt knackig so ein schwachsinn jawohl dann nehme ich mir die unten bestimmt jetzt total der fehler die jetzt gerade zu nehmen deswegen verlasse ich jetzt das level und denke mal es geht aber noch weiter ja also es käme ich ja nicht mehr rein so dann spreche ich hier und hier und habe es noch nicht geschafft also ich muss es ja irgendwie zerstören so stelle ich wieder hier jetzt muss ich den ganzen weg nochmal fliehen aber das lohnt sich denke ich mal lohnt sich das eigentlich oh ne es gibt die ganzen thief dinger wieder zumindest ein paar was ist das denn hier ja super glauben mir wieder alles ist das nicht scheiße ist das nicht scheiße ich weiß auf jeden Fall jetzt wieder wo ich bin ich weiß warum diese ganze Unterwutbarkeit hier rum liegt man soll die typen einfach jagen aber das ist eigentlich taktisch unklug ich bin so verwirrt von dieser ganzen scheiße ich habe gar keinen bock mehr die sachen wieder zu holen langsam was ist hier eigentlich los hier war ich auch noch nie irgendwie gib mal das leben da das ist komisch hier ganz komisch lass mich durch du sack hier gibt es eh keinen gegner ich muss eh nicht auffassen lass mich doch mal konvertieren ach der hat mir den konverter gestohlen ok gut zu wissen das habe ich nicht mitgekriegt naja aber was soll ich machen hat doch alles keinen sinn kann nix machen was machen Sachen oh das war ein kaputer Schalter wenn die alle mal verrecken würden dann könnten wir hier auch vorankommen ach ja bla bla ähm da ist noch ein Schalter ein Schalter was für das hier vielleicht ich brauche unbedingt einen Converter und Bomben schön dass es immer so ein Viererpack ist weil ich gut gebrauche sehr gut gebraucht boah der hat einfach mega mal in sich drin mega mal ähm wo war denn jetzt der Ziel die überraschen mich eh gleich wieder von hinten und klaut mir ein paar hundert Leben irgendwie ne ganz seltsam alles kann ich da durch das sieht fast so aus das muss irgendwie noch weiter runter gehen da oder auch nicht ich will dieses Level nur noch schaffen aber das kann richtig übel werden gegen den Boss danach so kann ich wieder so anerlegen Spannung pur dieses Level es zieht sich also ich sehe gar nicht den Sinn dieses Levels wir wollten einfach mal ein bisschen spielen jetzt jage ich ihn durch die andere Tür vielleicht oder auch nicht er will wohl nicht er sollte eigentlich hier oben weiter jetzt habe ich die Bombe wohl verbraten da kommt er plötzlich hat sich auch gelohnt die Bombe ich brauche mehr Bombe Bombom Bombom Bomboms für die Hände was ist das da ist übrigens Energy Center was mir nichts bringt denn ich habe keinen Converter ja schieße ich den Flares zu ach der nimmt die Flares um meine Bomben kaputt zu machen super danke für die Info so geht es natürlich auch ja toll jetzt bin ich und ach ich habe wieder Converter gut immerhin das jetzt bin ich und verrundbar und sowas die irgendwie ein bisschen nutzen ich weiß da ist eine Ecke frei aber ich glaube ich hoffe nicht dass die so relevant ist ich weiß nicht wo ich hin soll wo da ist noch frei okay okay dann muss ich da diese Rutsche hoch wie komme ich denn da hin okay nach links natürlich gibt es noch mehr von denen natürlich wer hätte es denn anders vermutet so einfach hier hoch was es wäre cool wenn es jetzt vorbei wäre aber ich glaube eher nicht es wäre ja unwahrscheinlich ich muss ja erst irgendwie so einen Reaktor besiegen ja was soll denn das hier dann what soll das damit ich dann wieder mal speichern kann yo ist ja gleich wieder au ich habe keinen Schimmer wo ich irgendwie bin da ist er wohl naja da ich jetzt sowieso nichts anderes zu tun habe versuche ich einfach den Thiefbot weiterhin zu zerstören das wäre ja sonst langweilig das ist ja nicht so als wenn ich hier schon mal gewesen wäre nein ich sehe es wieder leuchten irgendwo ist Thiefbot man sieht ja nicht mal woher die kommen die sind einfach da man kann die Quelle aber nicht zerstören was soll dieser Sektor hier eigentlich bringen der ist total in sich abgeschlossen und unnot nötig das heißt auch dass der Thiefbot hier jetzt nicht mehr rauskommt der darf jetzt sterben alter hat er mich ausgetrickst hat der mich ausgetrickst echt mal jetzt Converter gib mir den Converter zurück den lasse ich mir nicht nochmal nehmen vergiss es ich bin so dumm dass ich immer wieder ran füge und trotzdem habe ich immer 200 Shield okay das dieser Spoiler hat sich bewahrheitet hier werde ich wohl mit 200 Shield rauskommen was viel schlimmer ist wenn ich meine Pause jetzt hier verbrauche habe ich beim Boss gar nichts mehr da ist eben nicht eine Tür aufgegangen oder das hat sich schon so angehört ach so das war die ist das jetzt der selbe Ziefbot oder war das ein anderer das ist immer die Frage wie man sich stellt hier die Frage die sich wie war das noch da war so ein geiles Gesicht folgende Frage stellt sich mir hier wenn ich beim Bier gecheckert habe bin ich dann wohl ein Shakespeare und von wem kommt das von einem toten Mann also als es gesagt hat war er noch nicht tot ja es fickt dich einfach ich weiß nicht mal wo du bist das ist doch so kacke ich will nicht nochmal durch die Lava jetzt fliegen jetzt ja klar jetzt wollte ich wieder konvertieren aber ich habe ja keinen mehr das Level ist echt einfach nur dumm ich könnte gerade schon wieder einen Schnitt machen 15 mache ich auch das letzte Video ging schon zu lange wenn ich den nächsten Ziefbot erwische jo ich sehe ihn nicht mal ich liebe dieses ich liebe es wenn ich nicht mal den Gegner sehe und der mich fertig macht es ist auch keine Lösung wenn man gemobbt wird einfach zurückmobben dann lässt man sich schießen und dann ist alles gut ja jetzt bin ich wieder hier dann kann ich ja mal gleich speichern aber erst mal was ist der sterben kann ich jetzt mal bitte diese Mega haben es wird echt mal langsam Zeit ich überlege wie ich da eigentlich hinkomme das sieht irgendwie nicht so aus als käme man da hin ja leck mich leck mich leck mich Flash Missile der nimmt mich total aus wie eine Weihnachtsgans kein Bock mehr der muss jetzt einfach dran glauben das muss ja eine Erleichterung werden dann gleich gegen so einen leichten Boss zu kämpfen wenn man nicht mal mit diesen scheiß Ziefbots zu tun hat am besten hat er dann auch noch so 20 Ziefbots im Schlepptau der Boss ich hoffe ja dass es nach diesem Level nie wieder Ziefbots geben wird das wäre doch schön immerhin fliegt er rein sonst wäre es ja dumm wie er immer wieder drauf reinfällt von wegen schlau KI nix schlau also wenn er stirbt endlich können wir Schluss machen in dieser spannenden Folge mir einen roten Daumen hinterlassen ganz dem Thema dieses Videos entsprechend hier ist ja auch alles rot der ist ja bestimmt hier durch oder irgendwie zieht es den mal hier in diesen Raum der ist so schön groß scheinbar dankeschön ja ich sag nicht so dazu ihr wisst es inzwischen jetzt kann ich wieder converten bin wieder gleich auf 200 fast ja und wieder was gesto alter okay bis gleich ich mach jetzt erstmal Schluss ja ich mach jetzt mal ich mach jetzt mal